Hallo und herzlich Willkommen, ich bin euer MrWenner1974 und es ist mal Zeit wieder für Homebrew-Fanprojekt, was auch immer. Irgendwie bei Indie Radio News, die haben das sehr hervorgehoben, das ist The Holy Cube. Ich habe tatsächlich auch bewegtes Material schon dazu gesehen, deswegen weiß ich ungefähr, wie das geht. Das heißt, dieser Kubus bewegt sich selber. Wir machen mal, Continue. Story Beat Play. Muss ich wieder den Controller wechseln? Moment. Moment. Da. Story Beat How To. Achso, Story How To. Achso, das Beat ist was anderes? Story? Verstehe ich. Oh, geil. Play. So, komm. So. Achso, wir können nur springen. Aber wie gesagt, der Kubus bewegt sich selber. Ja, der Song ist gut. So. Zack. So, wie geht das? Achso, den muss ich einsammeln. Okay, da kann ich nicht hin. Der Song ist cool. Okay, das ist doof. Aber man kann nur springen. Man kann nichts anders machen. Der Kubus bewegt sich selber. Ist also eher ein Puzzler. So, ah, schön. Okay, da muss ich unten sicherlich zum Schluss hin. Äh, so, gut. Nein! Nicht springen. Oder beziehungsweise nicht so springen. Warte mal, wie viel Leben habe ich denn noch? Das wird wahrscheinlich die L-Anzeige. Ist live höchstwahrscheinlich. So. Yes! Also, muss ich runterfallen lassen. So. Okay, da ist also noch einer. Und, kann ich da drüber springen? Kann ich. Mist. Ha, hat geklappt. So. Okay. Einfaches Spielprinzip. Süchtig machend. Wie immer. So. Der ist da. Das war... Boah. Das war sch... Dass du keine Möglichkeit hast, den natürlich zu kontrollieren, ist natürlich doof. Also, kannst du... Könnte mal ein bisschen schneller. Langsamer. So, kann ich da so runterfallen? Ha! Ich sehe doof aus, aber sowas kriege ich hin. So. Und? Okay, so geht's nicht. Kann ich da einen Doppelsprung machen? Oder sowas? Geht das nur von oben? Kann ich ja wieder zurück? Ah, geht. Ah, okay. Alles klar. Also, das ging tatsächlich nur von oben. So. Boah. Das ging mir jetzt ein bisschen zu sch... Ne? Alter, wie kann ich denn da bremsen? Achso, da muss ich gar nichts machen. Äh. Wah! So. Ne, du musst ja auch die blauen hier in dem Fall einsammeln. Alter, mach ich ein Blödsinn. Ne, das geht so nicht. Das verstehe ich nicht. Also, erstmal ganz wichtig, nichts machen. Dann auch nicht so springen, weil doof. Aber du hast, glaube ich, unendlich leben, ne? Das ist schon mal gut. So. Und dann nach oben. Wie mach ich das denn mit dem? Also, das ist klar. So macht man das schon mal ein bisschen. Bist du zu langsam? Irgendwann muss ich noch mal eine extra Runde drehen. Jetzt? Yes! So. Und nicht drüber springen. Das ist süchtig machen. Ich mag solche Puzzledinger. Alter, wie nicht. Und vorne, man kann ja hier echt viel reißen. Wie mach ich den denn? Ja, toll. Einfach runterfallen? Yes! So. So. Das ist jetzt einfach... Ab zum Stern. War klar, dass das nicht so geht. Okay, jetzt wahrscheinlich auf die Treppe. Oder auf diese... Ich benutze die mal als Treppe. Und dann fällt er runter, ne? Das müsste es doch sein. Cool. Okay. Also, alles einsammeln. Okay. Ich glaube, hier bin ich ein bisschen beschäftigt. So. Ich glaube, diese... diese komischen Dinger da, diese Pieken rechts, die sind, glaube ich, nicht so gesund. Okay. Und nochmal eine Runde. Da kann ich auch von oben runterfallen. Nein. Das wäre natürlich auch zu sinnvoll. Mist. Nein! Wow! Komm ich da hin? Okay. Okay, das geht so nicht. Okay, da muss ich erstmal so rüber. Okay. Aber das Spiel... Macht süchtig. Könnt ihr, wenn ihr... Also, ihr kennt ja dieses Itch-Io-Prinzip. Wenn man will, kann man dann den Machern auch ein bisschen Trinkgeld hinterlassen, sag ich mal. Aber sonst, wenn man will, kann man das tatsächlich kostenlos zocken. Okay, jetzt wird's... Das wird ganz doof. Okay, also so geht's sowieso nicht. So... So... So, das ist erstmal okay. Ist egal, wie wir jetzt mal so lange hier oben hin. Wir räumen erstmal ab, was wir da alles haben. Wir haben ja Zeit. Es gibt ja hier kein Zeitlimit. So, das war... Ach, Mist. Ich mach schon wieder den gleichen Fehler. Ich weiß auch nicht, wie viele Levels es hier gibt. Also, kann ich euch nicht sagen. Aber immerhin habt ihr schon viel gesehen. So. Okay. Okay. Dann muss ich jetzt da irgendwie... Kann ich so machen? Ja. Und das ist doof. Und er macht es wieder. Natürlich macht er es wieder. Ich gehöre zu den Leuten. Na, natürlich lerne ich nicht auf meinen Fehler. Natürlich nicht. Das Verschreckend ist, das machen die meisten auch nicht. So. Das ist gut. Das war super. So. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich das hier fertig kriege. Nein, 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 nein. Ah. Oh. So. So. Wie öfter Mannes sagtest du? Einmal bleibst es hängen. So. Ich guck mal gerade. So, das ist wieder doof. So geht das nicht. Irgendwie muss man sich ein bisschen an den Rhythmus gewöhnen. Also ich glaube, das ist ein Level, der bricht mich. Macht mal Abstand halten von dem Ding, ne? Was hat er gesagt? Abstand halten. Natürlich. Hat er super gemacht. Ich überlege gerade mal, oder ist das einfach ein bisschen mit mehr Risiko? Trotzdem, wir brauchen es ja echt. Das wird doof. Ich wusste es. Und den Fehler muss ich natürlich auch mal wieder machen, weil... Ich lerne ja. So, zack. Ja. Ich jetzt mal ein bisschen... Dann bin ich abgerutscht. Das war doof. Eigentlich habe ich euch ja jetzt schon viel davon gezeigt, aber ich will jetzt eigentlich noch wissen, wie das hier geht. Mein Puzzle-Willen ist jetzt... Geweckt. So, jetzt haben wir es ganz kreuz und quer. Ja, das geht nicht. Egal. Man muss auch mal sagen, wenn das Spiel einen besiegt hat, bin ich zu doof dafür. Aber trotzdem. Das ist richtig cool, das Ding. Also, wie gesagt. Download. Packe ich dann ins Video. Und dann könnt ihr euch das auch mal ausprobieren. Cool gemacht. Wirklich cool gemacht. Macht echt Spaß und der Soundtrack ist super. Der ist richtig gut. Bis gleich.